Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch ein Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, leg doch mal die Zeitung auf die rechte Seite, damit ich den Kaffeeunfall freiservieren kann. Sag mal, bist du Linkshänder? Schon immer, aber es gibt ja zum Glück Kaffeetassen, wo der Henkel links ist. Bei dir ist die Seite ja eigentlich auch egal, beim Griff ins Klo. Das war jetzt Link. Einmal die vier und einen links gedrehten Joghurt. Momentchen mal bitte. Stefan, als Linkshänder hat man's im Beruf jedenfalls schwerer. Besonders als Rechtsanwalt. Ja, versteht es nicht. Wählst du denn eigentlich auch links? Ach, aber Linkshänder sollten nicht umgeschult werden, da das schädlich für sie ist. In Deutschland gilt das heute sogar als Körperverletzung. Sag ich doch. Anke, du hast dich in deinem Job doch bestens angepasst. Findest du? Du lässt die Arbeit doch immer links liegen. Nach 9.387 Euro sammeln sie Internetlinkpunkte, haben sie eine Rechtsschutzcard oder sind sie im Sarah-Wagen-Knecht-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Läuft bei dir. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Hi. Ich mein mit. Beiいた space. Die Arbeit! Du Bestuell. Geschwind증. Ich mein mit. Ich bin gauche. Ich bin Desde heute. motherựbe. vironi tauchtig trip.